Wir freuen uns natürlich extrem, dass wir heute wieder knapp 200 Gäste hier begrüßen konnten beim dritten Sponsorenfrühstück. Ich finde, das war eine gelungene Einleitung in die 21. Erstliga-Saison. Uns war einfach wichtig, dass wir so ein bisschen das Handballgefühl wieder rüberbringen mit der Vorstellung unserer Neuzugänge und auch unseres neuen Partners Mizuno. Und ich glaube, es ist uns extrem gut gelungen. Die Jungs haben einen sympathischen Eindruck hinterlassen. Es wurde viel gelacht, es wurde sich viel unterhalten und genau das ist ja das, was wir wollen, dass die HSG-Familie regelmäßig zusammenkommt und dementsprechend natürlich auch Spaß miteinander hat. Und das war alles in allem heute ein gelungener Tag hier im Wetzlar. Sehr gelungen, sehr gelungener Saisonauftakt hier in Wetzlar für die neue Saison Handball-Bundesliga mit der HSG Wetzlar. Wir sind alle gespannt. Heute hat es echt Lust gemacht und wir haben die neuen Spieler gesehen, wir haben das neue Programm gesehen. Wir können alle gespannt sein. Vernünftige Ziele, sehr, sehr gutes Publikum, toller Rahmen. Es wird eine gute Saison. Ich bin davon überzeugt. Wir werden viel Spaß haben.